Einen wunderschönen guten Tag und Herzlich Willkommen zur dritten Folge von The Pathless. Wir sind hier immer noch auf diesem Gebäude drauf und müssen ja irgendwie da reinkommen. Da drin ist nämlich da so ein Abzeichen versteckt und ich habe das Gefühl oder... Ne, ich habe gar kein Gefühl, ich habe keine Ahnung, wie wir da reinkommen. Absolut gar kein Plan. Ich meine hier funktioniert ja nicht, oder? Ne, hier können wir nicht rein. Klettern kann die Kollegin auch nicht. Das ist auch ein bisschen kontraproduktiv. Was ist das hier? What is this? Äh, aha. Ich muss hier vielleicht irgendwas draufstellen. Hä? Äh, okay. Das kam unerwartet, aber gut. Äh... Ah, das war in diesem Sinne nur das kleine Rätsel. Okay. Aber ich komme hier sonst nirgends rein, ne? Hier ist keine Tür, gar nichts. Ne. Niente. Nada. Hm. Vielleicht hier unten irgendwas? Ne. Oh. Hä? What the... How the fuck komme ich hier rein? How? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lalalalalala. Geh mal hier rauf. So. Ähm. Ah, warte mal. Lol. Das hier. Kann ich das nicht runterdrücken? Shit. Ne. Ah, ne. Das kann man... Ah, ne. Dachte, das ist so ein Schalter. Ähm. Falsch gedacht. Gut. Ähm. Yeah. Dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiter. Wait a minute. Was ist mit dem hier? Okay. Ja, das bringt mir aber nichts, oder? Ne, das bringt mir gar nichts. Ist hier vielleicht noch, äh... Irgendwas versteckt? Ne. Äh. Aber. Das hat vorher noch nicht gebrennt, das Feuer. Das weiß ich. Aber was soll ich denn damit machen? Also, was... Sprich, was... Was bringt mir dieses Feuer hier? Hm. Äh? What the fucking hell? Und so komme ich ja nicht rauf. Ähm. Ich habe das Gefühl, ich muss gar nicht hier hin. Kann das sein? Aber wo sollte ich denn sonst hin? Keine Ahnung, man. Absolut gar keine Ahnung. Hey, wir laufen mal ein bisschen hier durch. Mal schauen, was es hier noch so gibt. Vielleicht finden wir ja solche Dinge auch so. Solche Abzeichen, Talismane. Oder was auch immer das sein soll. Vielleicht hier irgendwo was? Was ist das da? Da ist auch so die rote Pampe. Oh, wait a minute. Was haben wir hier? Ah, nichts Besonderes. Ähm. Okay. Ich gehe mal hoch da. Geht das? Ja, natürlich geht das. Komm, wir nehmen die Abkürzung. Wunderbar. Na, komm. Ah, da oben war das. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da schon mal war. Absolut gar keine Ahnung. Ähm. Können wir mal rausfinden, ha? Meine Ausdauer neigt sich dem Ende zu. Auch nicht so geil. Ja, gut. Ah. Oba. So, was, äh. Nee, das ist gar nicht der Turm, den ich gemeint habe. Hä? Ich gehe trotzdem mal hier hoch. Gucken, ob es hier irgendwas gibt. Schauen kann man ja immer. Das kostet nichts. The hell is that? Oh. Was ist das? Keine Ahnung. Leuchtet auf jeden Fall gelb. Hä? What the hell is it? Geht's doch weiter hoch. Ja, bitte ist gehen. Mal gucken, ob das was bringt. Was ich hier... Aha. Warte mal. Wait a minute. Hä? Geh'n mal hoch. Okay. Oh. Ach, wieder nur so'n Quatsch da. Scheiße. Das ist doch blöd. Das ist doch doof. Ähm. Geh'n mal da nach hinten. Na komm. Mal eine kleine. Blick. Bisschen hoch. So. Hier können wir auch genug Ausdauer holen. Um hier das Zeug voll zu lassen. Hopp, hopp. Oh, hier ist wieder die rote Grütze, ey. Die mich da letztes Mal aufgesaugt hat oder was auch immer. Ah, da drin ist... Ne, was ist mit dem Turm da? Keine Ahnung. Hm. Komm, schieß da dein Zeug. Ja gut. Ja gut. Geh'n mal näher da an das gefährliche Zeug. Näher an den Tod. Zack. Was ist jetzt los? Shit. Der Falke ist weg. Der ist kaputt. Und hier... Äh, der Kollege wieder. Okay. Und ich muss dem Licht folgen. Und er darf mich nicht sehen. Ja. So viel dazu. Ha. So viel dazu. Okay. Ha. Gut. Er hat nur das erledigt. Ja, Adler streichen. Das kommt noch. Muss erst mal hier das ganze Zeug wieder einsammeln. So, dann streichen wir den Kollegen mal. Hier. Guck mal. War zuerst den Flügel wieder. Oh. Ja gut. Komm, komm. Ja. Da bist du doch wieder frei, mein Freund. Bist du glücklich? Ich auch. Achso, ja. Glücklich bin ich nicht, weil ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Aber, ähm... Hmhm. Ist ein bisschen doof, dass man hier sieht, wo man da die Abzeichne herkriegt. Los, hol mit dir. Nochmal. Ah. Zack. What have we got here? Ah, ja, guck mal. Äh, warte mal. Maybe. Ah. Ich muss irgendwas platzieren. Ja, ja, ja. Ihr habt alles Erdenkliche gemacht. Bla, bla, bla. Ich brauche irgendwie eine Kiste oder so, was mein Falke oder Adler holen könnte. Frag sich halt nur, woher kriege ich das? Woher kriege ich sowas? Warte mal, was ist das da hinten? Was haben wir... Ah, ist wieder einer, der einfach so hier blöd rumliegt. Okay. Ich betete und betete er selber schuld. Was ist das? Ah. Ich möchte irgendeine versteckte Tür. Was ist... Was ist das? Ah, der große Elch. Schön. Ja, ja, ja. Schön für den großen Elch. Lass den mal jetzt in Ruhe. Hm. Okay. Kiste, 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 Kiste brauche ich. Komm ich... Ah, guck mal, da kann er sie holen. Sehr gut. Kann er sie wieder veröffentlichen. Sein neues Album. Oder was auch immer. Ähn. Ja, doch. Pack das mal da hin. Komm. Da. Ne, das ist nicht gut. Nehmen wir es mal mit. Macht ja keinen Sinn. Du musst es hier hinpacken. Nein, ah. Komm schon. So ist gut. Jawohl. Und jetzt... Ist offen. Hab ich jetzt so ein Dings bekommen? Ja, ich hab eins bekommen. Okay. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Jetzt muss ich nur noch so einen Turm finden. Und den, äh, freimachen. Äh, welcher ist am nächsten? Ah, guck mal, da. Der da. Sehr schöne Sache. Dann können wir... Direkt mal da hingehen. Und das, äh, gute Ding... Freischalten. Uh. Sehr gut. Hoch mit dir, komm. Ja, hat grad noch so geklappt. Sehr gut. Füll das Zeug. Braves Ding. Guck mal, da können wir uns festhalten gehen. Das ist auch schon mal ein Schnieke. Hier nochmal schnell füllen, wie ich kann. Also, Bogen schießen kannst du. Das muss man dir lassen. Das kannst du auf jeden Fall. Und hoch. Und dann schalten wir hier... Das Türmchen frei. Jetzt sind es keine Adlerabzeichen mehr, sondern, äh, Hirsch oder so. Das erste Hirschabzeichen oder so. So heißt der Titel heute. Du hast so was zu sagen. Von unten zwischen den Bäumen kann ich immer noch das Gefängnis erkennen, aus dem sie den Wegbereiter befreit haben. An diesem Tag wurde so viel Blut vergossen. Ich hoffe um seine Gefolgsleute willen, dass der eine wahre Weg dieses Opfer wert ist. Schön. Cool, ähm. Durch die Frage, wohin gehen wir als nächstes? Was ist das, was da so leuchtet? Das ist das Grüne da. Keine Ahnung. Wir gleiten, wir fliegen mal dahin. Sagen wir es mal so. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ein bisschen schießen hier. Ja, gut. Alles abknallen, was wir finden. Ah ne, hier waren wir ja gerade. Ja, ja, ja. Hier waren wir ja gerade. Dann können wir wieder zurückgehen. Hier noch ein bisschen die Ausdauer aufbauen. Komm. Ich hab gesagt, komm. Komm. Ah, bumms. Das ist wieder der eine Ort da, ne? Wo wir vorhin am Anfang vom Part nicht genau wussten, what the fuck is going on. Ha. Oder? Ist es das? Oder was ist das? What is this? What is this? Nee, das ist aber ganz was anderes. Ah. Das gucken wir uns mal morgen an, ne? Für heute ist erstmal Schlussikowski. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Ich bedanke mich beim Zuschauen.